Herzlich Willkommen zu einem neuen Part von Heyday. In diesem Part werden wir unsere Farm managen. Ich weiß, ich habe einige Anfragen gekriegt zu anderen Farmen. Die werde ich versuchen, mich heute noch ein paar anzumelden mit. Aber heute ist erstmal unsere Farm dran und das nach dem Intro. So, da wären wir auf unserer Farm. Die Stadt habe ich schon gemacht, die habe ich irgendwie instinktiv gemacht. Wollte ich eigentlich nicht, aber die ist jetzt schon fertig. Deshalb bleibt nur noch der Gammelbereich und unsere Farm. Hier habe ich auch schon mal was geerntet. Hier habe ich mich extra zurückgehalten mit Weizen. Das werden wir heute aber nicht farm. Ich werde hier direkt das langsame Zeug einpflanzen. Weil ich habe keine Lust dazu riskieren, dass ich das wieder nicht habe. Das hat sich schon voll oft in Parts. Wo ich das dann einfach gemacht habe. Ja, ich farm erstmal Weizen. Und dann habe ich es schon ausgegeben. Und das, ne. Das möchte ich heute nicht erben. Deswegen direkt mal die langsame Kack hier anpflanzen. Dann machen wir hier unsere Bienen. Okay, die Tiere habe ich auch schon bedient. Na gut, ich habe auch noch kein Futter für die. Dann habe ich ja noch meine anderen Tiere noch nicht geerntet. Hier machen wir Olivenöl. Und zwar mal Soja. So denke ich. Und da. Also Käse sollte passen. Hier machen wir Fritterölat. Und Sommerölat. Ah, ich habe keine Tomaten mehr. Shit. Da hätte ich es jetzt wieder ausgegeben. Das wäre wieder ein fatalischer Fehler gewesen. Auch wenn es das Wort nicht gibt. Aber egal. Du musst ja irgendwo dran glauben. Und ich glaube an Wörter, die es nicht gibt. Nein. Natürlich nicht. Nein, Leute. Kleid dreimal. Wir möchten ja schön aussehen auf irgendeiner Hochzeit, die mal irgendwann kommt. Von irgendjemandem. Wobei wir das Kleid dann selber nicht anziehen werden, sonst nur verkaufen werden. Egal. Dann muss irgendwer schön aussehen auf irgendeiner Hochzeit, die irgendwann stattfindet. Du wirst dich doch schon wieder ein letztes Kleid an, also. Ich bitte euch. Hier. Violett. Das aussieht wie pink. Weret sich das an? Oh, Mann. Ja, ich mag die Farbe pink nicht. Aber, na gut. Das ist ja jeder seins. Wenn einer es mag, soll er es noch anziehen. Ja. Und falls ihr fragt, meine Lieblingsfarbe ist hellblau. Bevor ihr fragt. So, die schönen Hühner müssen wir hier erstmal wieder bedienen. Kommt her, meine Hühnerchen. Kommt her, gibt dem Herrn Suroma doch ein paar Eier. Gib ihm ein paar Eier. Dankeschön. Ich brauche doch was zum Frühstück. Ich wollte eigentlich Ziegenkissler machen, aber... Ach, das ist doch so ärgerlich. Super, Internet-Specialer weg. Na, toll. Gut zu wissen, dass wir einen Verbindungsfelder kriegen jetzt, im Moment. Machen wir Sachen, wo wir auf jeden Fall nachvollziehen können, ob wir sie gemacht haben oder nicht. Zieh mal, jetzt auch LKW. Jetzt können wir mal hier die Tiere machen. Oh, ich kann meine Ziegen füttern. Ich wusste, ich habe irgendwas gemacht. Nochmal Ziegenfutter. Nochmal. Ah, passt nicht, ich habe eins zu wenig. Egal, ich kann gleich noch eins reinschieben. Ja, sollte passen. Ah, jetzt geht's wieder. Noll. Wollt ihr mich verarschen? Ich muss mal kurz Ziegenmilch suchen. Ich möchte keinen Käse machen, weil ich brauche noch ein bisschen Milch. Das letzte Schiff, das hat mich einfach so abgefuckt. Das war nämlich 16x3 Milch. Und das war, ja, logischerweise 48. Seien wir das auch noch an. Okay. Bondi. Ich hoffe mal, dass Maggie Ziegenmilch hat. Ich gehe jetzt aber trotzdem alle durch. Ah, Ziegenmilch. Geil. Dankeschön. Oh, nochmal Ziegenmilch. Die holen wir uns, weil wir können unseren Silo upgraden. I am you. Yes. Wir haben jetzt auch 4700. Geile Sache. Nee, das ist die Aufgabe. Wer war ich denn gerade? Sonja? Ja. Dankeschön, Sonja. Dankeschön. Danke. Jetzt habe ich kein D-Blätter mehr. Oh, Mann. Egal, mach mal Ziegenmilch damit, was ich sowieso machen. So, B. Das Lied ist einfach so geil. Ich weiß auch nicht, was ich so creepy. So creepy. So eine ironische Creepigkeit. Ich weiß, das Wort gibt es auch nicht, aber ich erfinde einfach gerne Rötter, die auch jeder versteht. Ich habe noch gar nicht gesagt, ich habe noch gar nicht gesagt, hier ist ein Event. Doppelt Geld bei den Bettlern. Yeah. Braucht das schon. Eigentlich keiner. Naja, egal. Egal. Mach mal hier schön, ne? Ähm... Ähm, 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 noch mal Orangelaft. Und Traubensoft. Traubensoft brauche ich auch viel. Deswegen machen wir jetzt mal ganz viel davon, von dem Zeug. Die ganze Masse von dem Zeug produzieren. Hier mache ich jetzt mal Zwiebelsuppe. Ich weiß, ich brauche Milch hier unten noch. Das ist wahrscheinlich auch nicht mehr genug. Sehr sicher. Das war so klar. Naja, egal. Ich mache mal ein paar Brote. Kekse. Zwiebeln. Und Tomaten habe ich gar nicht mehr, habe ich null von. Unglaublich. Unglaublich. Jetzt mal wieder ein bisschen auf Tomaten, äh, auf Äpfel meinte ich. Äpfel-Suche. Erstbildern. Wo seid ihr? Ach, scheiße. Oh, ich wollte nicht noch diese Aufgabe nehmen. Fuck. Ach ja, machen wir die Aufgabe einfach. Wir lammeln das Zeug erst an und dann machen wir irgendwas hier. Wir haben uns überlegen, noch eine zweite Backpack-Aufgabe zu machen, weil am Wochenende habe ich definitiv null Zeit. Da kommt auch kein Stream. Dann bin ich nicht zu Hause. Ja, ich muss gucken, ob ich Helder-Videos machen kann. Ich werde es versuchen. Kann es euch nicht versprechen. Oder andere Videos. Mal gucken. Ich arbeite mit TNT und Dynamite hoch. Los. Vorwärts. Vorwärts. Links. Rechts. Oh, jetzt muss ich Schaufeln irgendwann nehmen. Ich wollte noch 9. 5. Dann machen wir noch eine Schaufel und dann noch eine 9. Ich könnte eigentlich locker noch die anderen beiden Aufgaben auch noch machen, aber... Ja, müsste jemand anderes heute schon machen. Mal gucken hier, wie viel ich überhaupt noch jetzt. 6 Aufgaben mal hier noch machen. Hier dafür, dann kann ich eigentlich auch machen. Zu. Da muss ich gerade mal überlegen. Ja, ich mach die noch. Ja, ich hab ehrlich... Nullzeiter-Wochenende. Deswegen muss ich... Gucken, dass ich wenigstens paar 300er Aufgaben schaffe. Also, ich schaff schon alle, aber... Keine 320er jetzt. Bevorzugt. Hauptsache, welche, die ich... Schnell von der Bühne krieg. Das passt jetzt auch, dass ich meinen Silo erweitern konnte. Zum Glück. Platz her. Habe ich wenigstens Platz genug für die Ärzte? So könnte ich noch verkaufen, aber... Ja. Passt schon so. Ein zweiter. Okay, das machen wir stärker. Ja, ja, okay. 14.000. Okay. Das ist mal Kandidier, glaube ich, nicht für den ersten Platz. Das ist mir jetzt ein bisschen kritischer. Nehme mal den Zug. Ich denke schon, dass ich morgen dann... Weil heute starb ich zur Zugaufgabe nicht mehr. Dass ich dann morgen dann die Tierfutteraufgabe nehme, falls sie noch da ist. Jetzt haben wir zwei Armbänder. Hier machen wir eigentlich... Äh, den Smoothie wollte ich eigentlich machen, aber okay. Hier machen wir mal... Ach, ne, machen wir mal einen Smoothie. Ach ja, ich habe keine Erdbeeren mehr. Scheiße. Dann machen wir doch gemischten Smoothie. Ich brauche wieder mal wieder Orangen. Enden machen wir ja hier die ganze Seite. Hier brauchen wir Orangen mehr als... Äh, 40. Ich weiß auch nicht, warum. Kommt bestimmt auch durch den Sobett hauptsächlich. Und 40... Ne, 40 A brauchen wir 40 hier. Und ich denke mal, dass... Das ist der Orangen-Junsobett. Bei mir häufiger macht wird als... Das 40 A. Das stimmt auch sogar. Jetzt haben wir jetzt aber die 40 immer nicht ein. Wofür könnt ihr die eigentlich auch machen. Ach komm, war ich auch. Dann machen wir da hier alles ein. Die Sanyo. Die ich ja im letzten Part in den Koffer gepackt habe. Ne, im vorletzten Part meine ich. Ich weiß, normal ist er nicht ersetzbar ein so'n Baum, aber es muss so sein. Dann kommen die Lationen an Leben. Oder? Naja. Also noch zwei, ey. Krass. Okay, dann hab ich den. Auf. Alles klar. Okay. Okay, Apfel, Himbeer, Himbeer. Ah, hier bräuchte ich... Ja, die Lebo möchte ich nicht machen, oder? Hier kein Sirup mehr. Schade. Egal, Lutscher dauern sowieso noch lange. Das ist einer, der Sirup. Ich weiß nur noch auf... Brote. Sonst kann ich da nicht viel machen ohne Tomatis. Nur Weizen drin, ey. Gute Nacht, Sanyo. Das Weizenrekord, ey. Drei Seiten voll, vier Seiten voll, fünf Seiten voll. Okay. Sechs. Das sind nur Weizen, alter. Muss ich ein Video machen. Davon muss ich ein Video machen. Obwohl, hab ich eigentlich schon. Aber ich mach noch ein Video davon. BAM. Dedeedeede. Moment. Nur Weizen in diesem Kackbuch. Hier, einmal Eier. Das ist echt das Einzige, was nicht... Weizen isst. In diesem Drecksbuch. Mein. Gott. Das ist echt, das hat ich noch nie. Das hat ich echt noch nie. Das ist... Alter, die wollen mich echt trollen. In jedem Part wollen mich irgendwer trollen. Dann ist Rosé, dann ist NS, dann Tom, dann Greg, dann... Help me. Kommt schon, Anton. Geht baden, damit ich eure Federn kriegen kann. Ich reiße sie euch... ...vom Popo weg. Okay, die Federn will ich wahrscheinlich nicht nehmen, aber... Dann halt ihn wo. Aber nicht vom Popo, bitte. Nein. Nein, tu mir das nicht an. Nicht vom Popo. Nicht vom Arsch. Ich will keine Arschfedern. Ich will gute Federn. Bah. Oh, jetzt hab ich gar nicht aufgepasst. Jetzt hab ich gar nicht aufgepasst. Ich hab mich auf den Beat konzentriert. Oder auf den Drop. Aber da muss man ja auch nicht aufpassen. Das ist echt ein Spiel für... Das kann ich auch nicht. Für Leute, die... Keine Ahnung, das kann jeder. Das kann jeder. Du brauchst nur sagen, hier, ich mach dich an rein und warte ein bisschen. Das ist ein Fischer am Arsch. Wer kann das nicht? Ein Gammelbereich für jedermann. Neue Werbung von Hayden. Okay. Gut zu wissen. Der letzte Fisch. Sehr gut. Das gefällt mir. Okay. Okay, okay. Wie gesagt, das waren wir schon. Sushi hier. Sushi, sushi, sushi. Das ist ein besseres Buch. Nehmen wir schon noch was rein hier. Deswegen warte ich mal kurz hier. Ja, du, der aber nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Naja, okay, komm, nichts mehr. Dann nicht. Dann eben nicht. Mann. Okay, wir gehen trotzdem noch zur... Statt zum Abschluss gucken, ob hier irgendwas gemacht wird. Und dann ja natürlich wieder geklaut. Geh nur zu mir an dem Geschäft. Ansonsten nix. Okay. Sobald es voll. Svenierladen. Treffe ich den alten Mann nicht. Gibt's doch nicht. Okay. Ich bedanke mich für's Zusehen, Leute. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ich fand's mal wieder sehr, sehr lustig. Weiß auch nicht. Ich bin's mal sehr lustig. Wir sehen uns beim nächsten Part. Heute war einfach nur wieder normales Fahrmeldung dran. Ich weiß nicht, ob morgen dann wieder eine Zuschauerfahrm dran kommt. Äh, ich versuch's da nicht hinzukriegen und denjenigen werde ich dann noch anschreiben. Dann wird's halt schon merken, wenn ich drauf will. Wir sehen uns morgen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal.